Vor dem letzten Auswärtsspiel in dieser Saison beim 1. FC Kaiserslautern am Sonntag habe ich noch unseren Mittelfeldspieler Sebastian Griesbeck zum Interview bei mir. Ja Gries, du bist ja gegen Nürnberg und Düsseldorf ausgefallen mit einer Verletzung, danach dann gegen Berlin eingewechselt worden und dann im Heimspiel gegen Sandhausen hast du die Mannschaft als Kapitän durch den Ausfall von Marc Schnatterer auf den Platz geführt. Wie war es denn für dich in so einem wichtigen Spiel die Mannschaft anzuführen? Ja, es ist nichts groß anderes, außer dass man halt so eine Binde am Arm trägt, aber es war so wie sonst auch immer, die anderen aufputschen, weitermachen, immer positiv zureden und natürlich auch mit Leistung auf dem Platz vorangehen. Wir haben jetzt zwei der letzten drei Spiele gewonnen, die Formkurve zeigt also nach oben. Auswärts allerdings sieht es nicht ganz so gut aus, da haben wir den letzten Sieg im November gefeiert. Was glaubst du denn, warum wir trotzdem den Auswärts-Drei jetzt holen am Sonntag? Ja, ich wusste gar nicht, dass es so lange her ist, aber okay, ja dann wird es Zeit. Wir bereiten uns intensiv auf das Spiel vor, versuchen so reinzugehen wie die letzten Spiele auch, in denen es gut funktioniert hat und dann wollen wir jetzt auch auswärts endlich wieder gewinnen und den Klassenerhalt dann fix machen. Womit erklärst du dir denn diese Auswärtsschwäche in der aktuellen Saison? Ja, wenn ich es wissen würde, dann hätte man es wahrscheinlich schon geändert. Ich glaube, wir müssen einfach genauso auf den Platz gehen, wie wir zu Hause auch auf den Platz gehen. Natürlich haben wir dann auch die Fans nicht ganz so hinter uns, wie wir es im Heimspiel hinter uns haben. Vielleicht fahren jetzt in Kaiserslautern ein paar mit und unterstützen uns da auch. Aber wir werden auf jeden Fall alles geben, dass wir auswärts auch pumpen. Noch kurz zum Gegner. Der 1. FC Kaiserslautern ist am vergangenen Spieltag durch die 3 zu 2 Niederlage Bayern Minja Bielefeld zum ersten Mal in die dritte Liga abgestiegen. Wie erwartest du denn jetzt Lautern am Sonntag? Ja, die werden noch mal alles geben. Die wollen sich verabschieden vom Publikum mit einem Erfolgserlebnis, auch für jeden selber, für die Einzelschicksale. Wir wollen alle noch mal Gas geben, sich noch mal zeigen und deswegen erwartet uns schon ein schwerer Gegner. Aber wir haben uns vorbereitet und wir wissen, wie wir gegen sie auftreten müssen. Warum glaubst du denn schafft der FCH den Klassenerhalt? Wenn wir jetzt gerade einfach einen guten Lauf haben, wir haben eine gute Mannschaft und wir müssen einfach da weitermachen, wo wir jetzt die letzten drei Spiele angefangen haben und dann schaffen wir es auch. Danke dir. Danke.